Prozent Komme ich in die Library rein? Oder ist das auch verboten? Nur für Gerichtsangestellte und Sicherheitspersonal. Oh, 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 okay, dann gehe ich nicht rein. Dann gehe ich mal lieber wieder hier rein. Und... Tabulator, das könnte noch eine Weile dauern, dass der Richter beschließt eine... Okay, aber was bringt mir das hier? Kann ich nach unten klettern? Okay, was ist denn... Oh. Okay, dann gehe ich hier wieder mal nach oben. Okay, der kommt jetzt aber. So, mal schauen. Und da unten zwei Bullen. Und alles Mögliche. Da hinten. So, jetzt kann ich da gleich wieder durch. Und zwar jetzt... Was eindringen. Echt? Jetzt kann ich das hier ausschalten. Jetzt kann ich da hin. Jetzt kann ich da nach unten. Jetzt kann ich da nach unten. Wahrscheinlich. Aber was bringt mir das? Anscheinend nichts. Was, was würde ich jetzt für eine Zigarette geben? Entspann dich. Sag einfach die Wahrheit, dann passiert dich. Okay, das ist kein Eindringen. Gehen Sie weg. Das hier war ja auch nicht Eindringen. Okay, da gehen jetzt zwei. Wo ist denn das? Nein, brauche ich nicht. Nein, brauche ich nicht. Jetzt will ich den mal ein bisschen aufhalten. Ja. Alter. Eindringen. Gleich komplettes Eindringen. Wie soll ich denn das bitte machen hier? Alter, das geht ja mal gar nicht. Ich muss mich wahrscheinlich als Bulle verkleiden. Aber wie? Ich habe gesagt, ich restauriere Sie. Alter. Nun, nein, ich... Ich müsste... Und ich habe kein Instinkt. Wirklich. Entschuldigen Sie mal, Sir. Sorry. Geht's weiter. Schnell. Okay. Geh, 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 geh. Boah. Buch. Für was? Betreten. Wat, wat? Wo ist denn das bitte? So. Geh, 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 geh. Okay, ich glaube ich geh nochmal runter. Langsam, langsam, Mister. In dieser Stadt geht nichts mehr. Okay, langsam, langsam, alles klar. Langsam, kleiner. Das Gerenne ist nicht gut für den Kreislauf. Da komme ich ja wieder da hin. Hm, 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 hm. So, ich will ja nicht unhöflich sein. Aber halten Sie bitte etwas mehr ab. Oh, oh. Okay, ich glaube ich weiß es. Erdrosseln. Okay, okay, okay. Loswerden. Und dann verkleiden. Kann ich mich noch ver... Ja, verkleiden. Okay. Die brauche ich wahrscheinlich gar nicht. So. Denn... Jetzt kann ich mich hier eigentlich so gut wie frei bewegen. Außer, dass mich jetzt halt alle Bullen... Dass jetzt alle aufmerksam auf mich sind. So, das wird noch ein richtig... Das wird noch richtig schwer. Was ist denn los? Was ist denn los? Kein Instinkt mehr, willst du mich verarschen? Was ist denn los? Was ist denn los? ... Kein Schritt weiter! Wirklich Null. Ich kann jetzt nicht die ganzen Bullen hier umbringen. Hier war ein Tabulator. Tabulator. Aufenthaltsbereich für Angeklagte, nur für Sicherheitspersonal. Das ist doch kacke. Wie soll denn das gehen? Ich hab ein Buch. Aber was bringt mir das? Das bringt mir nämlich 0,0. Ich versuch's einfach mal. Und zwar jetzt durchs Fenster. Durchs Fenster. Hallo? Ah, fuck. Jetzt hab ich's schon versammelt. Ah, Bullshit. Der andere ist jetzt irgendwo hin. Wenn der sich jetzt wieder umdrehen würde, wär alles in Ordnung. Komm schon, bitte. Dreh dich um. Dreh dich um, ja. Lauf, 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 lauf. Okay, hier kann ich nix machen. Oh, Autoalarm. So. Mann, gehen mir diese Lynch-Kinder auf den Sack. Zieh ihnen die Ohren lang, okay? Bin gleich wieder da. Habt ihr in der Schule nicht gelernt, dass man keine Autos klaut? Dumme Kinder. Ein paar Eichirnchen, ein Marder, keine Ahnung. Leute, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich seh' ich das richtig da oben. So. So. So, welche Wachen wurden alarmiert? Die, 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 die. Die auch noch und der. Da ist nichts. Okay. Entwarnung. Ich weiß zwar nicht, was hier läuft, aber behaltet eure Waffen in der Hand. Heiliges Hochwasser. Leute, ich weiß nicht weiter. Ich weiß wirklich null weiter. Hier kann ich nicht rein. Da oben oder da hinten komme ich nicht hin. Da rein kann ich nicht. Oder? Oh nein, 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 nein. Vielleicht doch. Ich weiß nicht, dass es ein ziviler Todesfall jetzt war, aber vielleicht geht's doch. So, jetzt verkleide ich mich mal als denn. Ach du Scheiße. Sieht das kacke aus. So, jetzt sind die auf jeden Fall nicht mehr aufmerksam. Hey Sie, kommen Sie da raus. Hier ist ein bewaffneter, verrückter, brauche Verstärkung. Jetzt kann ich ja hier rein. Kann ich hier irgendwie was machen? Ich kann hier null machen. Ruhig stellen. Bringt mir nix. Sie müssen diesen Bereich verlassen. Bitte verschwinden Sie, Sir. Kann ich da rein? Ich will es gar nicht wissen, ob ich da rein kann. Was ist jetzt? Was soll das jetzt? Was ist jetzt? Warum schießen die jetzt? Warum schießen die? Hallo? Können wir das verraten, warum die schießen? Ich bin so gut wie tot. Ich hab echt null Ahnung, ey. Boah. Warum wurde ich jetzt da erkannt? Ja, ich hab voll gegen Timothy Hoff. Wecker, warum? Hey, was geht ab? Ach, Halsmaul. Meine Bü... Was war das gerade? Hier. Für die Sicherheitsleute. Hm. Was klingt mir das? Äh... Hat es niemand mitbekommen? Liegt ein Golfball? Oh mein Gott. Nein, ich will mich gerne nicht verkleiden. Boah, ne Schrott... Ne Schrott, die ist sehr gut. So... Dann sammeln wir den Punkt hier noch. Aber wie komm ich hier rein? Braucht man eine Schlüsselkarte? Dafür braucht man eine Schlüsselkarte. Ich hab nur ne Spritztour gemacht, wo niemand in anderen Mädels die Karre angezündet hat. Oh Mann. Hörst du? Wir bekämen uns schuldig. Ich bin nicht... Das ist einfach nicht so mein Leben. Das ist einfach nicht so mein Leben. Oh. Die Richtschine bewegt sich frei in allen... Okay. Ihr habt gedacht nicht, dass sie jetzt wieder eindringen ist. Mach ich mal schön langsam. Ich meine... Nein, ich meine, du bist süß. Okay, hier muss ich bestimmt nachher raus. Lass dich von meinem kultivierten Scham nicht täuschen, Jolene. Dahinter versteckt sich nämlich ein ganzer Kerl. Ist das Beweis? Nein. Du findest mich also interessant? Drehst du allen Mädchen jedes Wort? 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 Drehst du dich das Mädchen interessiert? Dann muss dich wohl mit zur Mädelsabend. Da darf ich nicht durch. Kein zu besandender Mann zu einem romantischen Abend eingeladen hat. Doch der... Wird der wohl irgendwann mal weggehen. Wann soll ich nicht abholen? 7 Uhr. Und zieh dir was Schönes an. Du führst den Labrera und den Chatweg aus. Wahnsinn. Ich bleib einfach hier und starre dich noch eine Weile an, Jolene. Hab die nächsten 30, 40 Jahre ohnehin noch nichts vor. So, deshalb warte ich mal, bis der weg ist. Hier ist wahrscheinlich... Jetzt eindringen. Oh, oh, oh. Hallo. Oh. Oh. Hallo. Okay. Das war knapp. Das war sehr knapp. Aber ehrlich gesagt habe ich null Ahnung, wie man hier... oder wie das hier abläuft, was ich hier machen muss. Was ich hier... Was das Ziel ist. Wenn ich ehrlich bin, habe ich null Ahnung. Ey. Halt. Gute Fälscher, wo haben Sie das Video produziert? Wie können Sie nachts durchschlafen? Wir haben das Video nicht produziert, Mr. Hawk. Das sind Sie, von der Kamera auf frischer Tat ertappt. Okay. Okay, okay, okay. Also so richtig was... so richtig einfallen tut mir da wirklich null. Wenn ich mich jetzt verkleide als den Was bringt mir das? Halt. Nein, da nicht hingehen. Jetzt kommt da einer. Wo kommt der jetzt lang? Da. Okay, und dann dreht er sich um.